Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde League of Legends mit Abos und Freundinnen. Mit dabei ist der Herr Blaze. Guten Abend. Und einige werden ihn noch kennen aus Filmen wie Creeper jagen die Minecraft Map in die Luft oder Angriff der Killer Creeper und zwar Herix the Freak. Wunderschönen guten Abend und einige viele Creeper wünsche ich. Wir gewinnen gegen Shaco, Draven, Jace, Irelia und Master G. nicht auf unser Team vorlesen, weil wieder ein schöner Champ dabei ist. Ich fange mal von links an. Wir haben Blitzcrank, Akali, Kartus, Corki und Sejuani. Und alleine wegen Sejuani hat Raza gesagt, du lest unser Team vor. Allein wegen Sejuani werden wir verdienen. Ehrlich? Sejuani und Sejuani. Entschuldigung, das ist noch zu geil. Ja, wir haben Skin Battle gewonnen. Keiner hat re-rollt, aber mit Corki sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Mit Akali geht auch. Sejuani ist heute noch. Er wollte mit allen tauschen, keiner hat mit ihm getauscht. Jetzt kannst du uns mal zeigen, wie gut du bist mit einem Champ, der überhaupt nicht zu Aram passt. Den ich noch nie gespielt habe. Ja. So, eigentlich wollten wir mit Wanni aufnehmen, aber Wannis Mutter meinte gerade, sie muss morgen arbeiten. Und Wanni sollte doch mal die Fresse halten. So ähnlich war das doch gerade, oder? Aber so schlecht ist Sejuani gar nicht. Das geht mit den Randen-Nickpulen. Stand slow. Ja, ja. So, was kaufen wir denn für items hier? Ich denke, wir machen mal hier einen auf Schuhe und dann hier so einen auf Stab. Was labert er denn jetzt für ein Zeug dahin, ey? Nein, ich will die Tipps nicht haben. Weg damit. So, ich brauche auf jeden Fall die Bombe. Wo ist die Bombe auf Wege-Taste? War das nicht. Keine Ahnung. Das ist cool, ne? Verwüsten, ne? E war der Kreis und W war die Wand. Ja, ja. Er war das Böse. Was ist E? Äh, der Kreis, also... Und, wenn Katos einen einstürzt, kriege ich 20 Mal zurück. Also brauche ich das auch, ne? Was macht ihr da? 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 Ich lenk die Jungs jetzt mal nicht beim Spielen ab. Ich bin auch mal im Hintergrund, hab mal wieder im Hintergrund dabei. Ach ja, stimmt. Ich war gerade so, äh, Sunny ist noch im Hintergrund dabei und kommentiert fleißig mit. Oh, der... Ich hab schon keine Mana mehr. Weißt du? Und warum nicht? Wie gesagt, Support euch bringen soll. Ich fühle mich tot. Ich ziehe mich so auf mich ran. Seid ihr verrückt? Ich trinke es an Heilpott und Mana-Pott. Dafür hab ich ihn ja mitgenommen. Ich brauche mal ne Ulti. Ich auch. Ich nicht, aber warte. Oua. Was macht das eigentlich? Oh, dieser Jay, es geht einer auf den Sack, oder? Ja. Hat der aber so an sich. Ja. Ja, mein erster Minieren. Oua. Jetzt muss ich aufpassen, so ein scheiß Schuss von Jason und ich bin Geschichte. Man merkt direkt, ich bin der Profi. Ja, bist du auch. Also, ich hab mich verspielt. Kann man sich was killen in Aram? Ich hab ein falschen Knopf gedrückt. Nein! Verdammt! Report-Kathus-Feeding. Oh, nervt doch nicht. Ich brauche Ulti, unbedingt Ulti. Jo, frag mal. Brauchst du auch Ulti? Ja. Was war das für ein Grab? Perfekt für dich, weiß ich. Oh, Heilung. Der G ist echt gut, ne? Blitzcrank, du bist doch ein Arschloch. Entschuldigung. Ah, schon recht, ne? Ja doch, es stimmt schon. Also, wer hat die Widers weggenommen hat? Ja, war klar. Das war mal der Herr Blatt. Der Kiel geht auf Blitzcrank, seine Kosten. Über die von Tonnen. Boah. Der Chase. Ne, ne, ne. Aua. 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 Ihr macht euch ja gut. Ja, ja. Das ist perfekt. Oh, Mann. Dumm, 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 dumm. Oh, schade. Macht eigentlich mein Ulti. Ja, einen hast du ja mitgenommen. Ja, einen hast du ja mitgenommen. Wenigstens ist das... Oh, schön Ulti jetzt. Kropf. Jetzt kommt her. Ja, hab ich schon vorbereitet und du hast ihn schon gekillt. Sehr geil. Oh, da hinten gibt's Heilung. Schade. Oh, diese Dreckspuppen. Oh, dieser G. Oh, das war so klar. Ah, Jace, gehst du weg? Boah. Ja. Natürlich. Aua. Aua. Jetzt schon, grimm an mich ran. Go. Mach mein Tower kaputt. Ich brauch Geld. Mach mein Tower kaputt. Ich brauch geil. Ich brauch mir ein Spaßvogel. Geil, ne? Oh, ich bin tot. So, jetzt hab ich mein Stäbchen. Ich finde. Mein Stäbchen der Zeitalter. Was macht denn unser Akadi da? Außer sich Doppeltötung holen. Boah. Der Dreckschacko. Ähm. Hm. Hm, 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 hm. Ich fiende. Ich fiende. Dann ist ja war's hin. Standard. Hm, 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 hm. Ja, also nicht. Hm, hm, hm. Hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Oh, ein Checko. Nein, er lebt noch. Dem kann ich gar nicht so viel Damage machen. Ich brauche unbedingt andere Items. Ich brauche Mana. Ich habe gehört, hier hinten gibt es Mana. Wow. Ach, die Ulti. Falsch reingezogen. Was macht die Akali da? Hätte fast den Dings getötet. Nein. Nein. Aua. Hälfte mal. Wie die Lehmann mit 3 HP da rauskommen. Oh, ein Schuh. ich brauche mehr mana, da hilft alles nix ich brauche mehr leben das auch, aber naja ich brauche vor allem mehr AP, damit ich mal meinen ulti richtig schaden mache hier ja wauw an mit, mach doch mal fast Aua Wo ist unser Blitzkrank da? Boah, dieser Ulti. Das ist nicht der echte. Naja, schon klar. Doch, was? WTF? Da hat er uns aber richtig verarscht. Das hab ich auch noch nicht erlebt. Ich sag noch, das war nicht der echte. Und du so noch, ich weiß. Standard. Und dann war es der echte, der stand. So, ich hab Ulti. Ach, die schon wieder. Oh. Oh. Weißt du nicht wie, aber ich hab nicht. Ist so unwichtig wie. Ja, hier wirst du aber immer wieder wissen, ne? Ich hab den Kill beschert. Jo. Ich hab auch ein Double Kill. Das war gut gemacht. Ja. Ein Erheb. Der G kommt. Was auch mehr ich will, aber schon mal, komm. Oh, 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 oh. So. Das war ja einfach. Ach, diese Ulti. Jo. Nervig. Noch mehr auch nicht. Oh, ich will zwar tanken, aber ich will nicht tanken. Ja, und ab. Ich hab's alles schon langsam gemacht, wie Hulle. Oh, Blaze. Alter. Dafür stirbst du jetzt auch. Oh. 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 Hätte ich jetzt Mana, dann könnte ich was machen, aber. Irgendeiner hat alles, irgendeiner hat alles eingesammelt. Ich muss immer die Ausreden. Ja, typisch. Anja. Du musst dir auch deinen, äh, Dingskill gut nutzen an den Minions. Da kriegst du ja wieder, äh, Mana zurück. Ich benutze meinen Skill, um alle zu slow, das ist viel besser. Wir werden alle sterben, haltet euch bereits. Nö. Wenn du es recht haben, glaube ich, aber vielleicht auch nicht. Na, weil Lia da weitergekämpft hat mit meinem Nebel sind sie immer schuld. Äh, das war ja selten dämlich, würde ich mal behaupten. Glaub ich wohl mit ein Hextech, um mehr Heilung zu kriegen. Mit Katos, ja. Heute mal. Einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Es laufen ja meistens Viecher rum. Was für euch? Uh. Kommt, ich komme euch hingegen. Beeilt euch. Oh, ich bin schnell. Für die Untoten. Oh, scheiße. Da haben sie mich schön rausguckt hier. Oh, aber. Und tschüss, Jaco. Oh, du Tier. Hier. Schon wieder kein Mana mehr. Das ist schlecht. Ja. Dafür dreifach Tötung und den anderen auch mitkäufen. Und das weg. Da hat's Puff gemacht. Ich bin schneller. Wie die auch alles aufgenommen, wo mir gar nichts sitzt, war? Doch, die da hinten. Gut, Gott sei Dank. Und weiter. Für die Untoten. Das klingt nach Langeweile. Oh, das ist easy hier. Easy going gerade. Okay. Bis auf Sinjuani sind alle gut. Da kann ich als Nicht-Loll-Spielerin so wahnsinnig viel mit anfangen. Das stimmt. Boah. Die Ulti macht ja so viel Schaden von ihm. Witz. Das ist ein. Das ist ein Kartus, Refort. Äh. Äh. Das ist ein Kartus, Ruf. Tschüss. Tschüss. Genau. Wollte ich auch was sagen. Opa la. Entschuldigung. Nur mit. Ja. Ich nehme das andere. Aua. Ich bin in 10 Sekunden wieder da. Gib mir Mana. Pass auf. Geh doch nicht so da rein. Die killen dich sofort. Sichuan. Halt das auch was. Bei Kati. Ja ja. Torf ihn dem. Intrat. Ja. 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 Wann wir grad hier. Ich hab keine Ahnung. Spaß haben. Und da war so Wo ist er hin? Ich schnappe ihn mir schon, keine Sorge Jetzt habe ich noch mal den ganzen Mana vor Ort geraubt hier, die ganze Zeit das Ding anzulassen Aber mein Hexik war doch in Ordnung, dafür habe ich mein Leben jetzt immer voll Ja, warum nicht? Kommt da irgendwo Creeps? Da, ne? Doch Mana Ich habe keinen Minion bekommen, kein einziges Er poolt keinen, er poolt keinen, hm? Gut, zumindest so, als würde ich es versuchen Oh, immer, immer ich Oh, Akali, weil ich wüsste Ja, ja, die macht es alle fertig da oben Nö Oh, Penta, Penta Ach, ja Wir hätten eigentlich schon lange fertig machen können Was sind das für Geister? Meine Geister Meine Geister Oh, bin gleich wieder da Heft in Tower Boah Boah Farky kommt Oh, diese Puppe hier, ey Bin ich Pro Ich bin Pro Alles schön, laufst du So, wo bleiben die Minions Ich habe hier einen Charco Echt? Echt? Ja, ja Okay, dann kill ich den eben Ich kill ihn eben Ist er tot? Äh Ne Kill du ihn jetzt Jetzt ist er tot Jetzt ist er tot Der Rettung Um zu rennen, also Der sich erlaubt Boah, voll daneben geslammelt Mein Gott Ewig hätte er sich backfahre Aua Ich habe 4000 Gold Ich weiß gar nicht mehr, wie es denn in der Basis aussieht Ja Ich will immer zu Fuß gucken, wie es aussieht Weil niemand geputzt hat Ja Ist ja niemand da Alles eingestaubt Du musst doch aufpassen, dass du nicht, wenn du reinkommst, dass sich kein Creeper umhaut Ja, ja, genau Die hat Herix alles abgestellt Also ich habe denen gesagt, sie sollen jetzt Füße stillhalten, aber die hören nicht mehr auf mich, also Boah, die fokussieren mich soo Ruther mach was Okay Ja Herix, da muss doch wohl alles wieder aufbauen, wenn die Creeper äh Oh ne, erst kann Ruther machen, so wie immer Äh, Ruther lag dich nie töten Okay Ich renne schon, was ich kann, aber Ich glaube ich bin gleich tot Gut Mach ne Band Jetzt wird's nix So, wer lebt von uns wieder? Keiner Korki, ne Sekunden So, was mach ich denn jetzt, was brauch ich mir denn mal Brauch ich mir so ein Buch einfach Warum auch nicht Ich hab ja genug Geld So, und dann hauen wir uns mal diesen Stab hier rein So Wer noch der Weg Das könnten wir noch nen Todeshauber als nächstes bauen, ne? Das ist ne gute Idee Oder ein Stundenglas Hm Ach was Ah, das sind fast Puppets Jetzt haben sie eh schon verloren Guck mal, da steht ein 60 zu 41 Was wollen die überhaupt noch machen? Wow, wow, wow Rave Rookie Das war ein Fehler, da steht zumal immer ein Fehler Der hätte weiter rennen müssen Das war der Fall, ich hoffe, wenn er irgendwie eingestimmt ist Das war der Fall, ich hoffe, wenn er irgendwie eingestimmt ist Ich bin noch voller Energie, ich komm jetzt einfach, komm, vielleicht wir machen den fertig Nö, Tower tanken ist nicht gut Nicht? Ah, da mach ich das so Kein Problem Kann mal aufmachen Kann mal aufmachen Wollen wir aber auch lassen 3,4 Was, der reported? Was, wer reported? Was, wer reported? Was, wer reported? akali hüfte doch ja ja ich habe kein mal mehr solche machen das hinter dir das hört sich nicht gut an was hinter mir glaube ich zumindest gleich was gesehen also komfortabel ist nicht kein sommer schaden machen er war richtig spiel würden hätten jetzt vor 10 minuten richtig das wäre ja langweilig du mensch die fans wollen noch was sehen genau werden am meisten kitzel und team akali 26 alter ist schlecht ja du hast auch selbst du hast elf kills als sind schon nicht schlecht das alle von mir gesteilt ich glaube wir warten mal auf die anderen können das haben wir das meinen bevor sie machen was sind da ohne mich aber dann war ich aber hab ich ja krieg ist hier tut mir leid schön karl hier rumt einfach nur alles weg so das war es nochmal auf schluss jetzt oder jup quatsch das war schon ja ich würde sagen gewonnen würde ich auch sagen tschüss 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 tschüss